Hallo ihr Lieben, toll, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch zu dieser Folge von Lonares liest. Und diesmal gibt es wieder ein Hörspiel. Und das heißt, jup, ich war wieder bei einem Projekt von Hörtalk.de dabei. Hat wieder riesig viel Spaß gemacht und es gilt natürlich wie immer, alle Leute, die da mitgemacht haben, haben das ehrenamtlich, hobbymäßig und mit sehr viel Spaß und Engagement getan. Das heißt, diese Folge ist wie immer nicht monetarisiert und das hier ist auch keine Werbekooperation oder sonst irgendwas. Hier ist keinerlei Kohle geflossen, sondern, wie erwähnt, jede Menge Spaß. Und jetzt gibt es eine neue Folge aus der Geschichtenreihe aus Absurdien. Viel Spaß dabei! Geschichten aus Absurdien Folge Nullkommanichts Die Schlüsselfrage Ein Kurzhörspiel von Stefan Fabri für Hörtalk Im verträumten Dörfchen Fassheim, im fernen Lande Absurdien, gehen die Menschen seit jeher denselben friedlichen Tätigkeiten nach, die sie für die Erfüllung ihrer täglichen Bedürfnisse benötigen. Viel Abwechslung wird ihnen nicht oft geboten. Verständlicherweise war daher die Aufregung groß, als eines Tages, im schönen Monat Mai, wieder der Wanderzirkus von Direktor Zeck zweckfrei eintraf und auf dem Dorfanger seine Zelte aufschlug. Alle freuten sich über die kleine Unterbrechung ihres Alltags. Nun, fast alle. Denn für die Gräfin Klukünja, die zusammen mit ihren Bediensteten Schloss Scheffel auf dem Hohen Scheffelberg bewohnte, machte das keinen Unterschied, da sie ihre Behausung ohnehin so gut wie nie verließ. Weil auch ihr alter Butler Monokophon aus Bajurien es bevorzugte, nicht mit billigen weltlichen Zerstreuungen belästigt zu werden, hätte lediglich Klukünjas treue Zofe Liliane Lobelich wohl keine Einwände gegen ein bisschen Extraunterhaltung unten im Dorf gehabt. Was aber die Erlaubnis der Gräfin voraussetzte. Doch diese hatte gerade ganz andere Sorgen. Und deshalb konnte man an einem lauen Frühlingsmaienmorgen im Schloss Scheffel auf dem Hohen Scheffelberg die folgende aufgeregte Unterhaltung hören. Liliane? Monokophon? Wo seid ihr? Oh, tausend Tintenbeutel! Warum muss ich euch immer so lange rufen? Hier bin ich, Irognaden. Gräfin Klukünja, sind Sie mit dem Frühstück bereits fertig? Aber Sie haben ja so gut wie nichts gegessen. Wo ist Tom Moffel? Hast du ihn heute schon gesehen? Tom Moffel? Warum? Er hat das Frühstück ignoriert. Das gab es noch nie. Ich bin wirklich besorgt. Schau selbst, Liliane! Oh, tatsächlich! Befindet sich an seinem Platz nicht sogar noch die unberührte Mahlzeit vom gestrigen Dinner? Genau. Gestern hat er sich auch schon den ganzen Tag nicht blicken lassen. Aber da dachte ich mir noch nichts. Doch jetzt? Wann hast du das jemals erlebt? Ich gebe zu, er lässt eigentlich nie ein Essen aus. Vielleicht ist er einfach etwas länger spazieren gegangen und hat sich verspätet. Ich meine, er ist schließlich nur... Unsinn! Er verlässt das Schloss ebenso wenig wie ich! Höchstens, um an warmen Sommertagen ein wenig im Obstgarten herumzuwandern, während ich male. Und dann habe ich ihn stets im Blick. Ich weiß, der Arme... Und wo ist dieser Monoko-Fan schon wieder? Ich brauche euch beide! Ihr macht euch unverzüglich auf die Suche nach Tom Moffel. Ich möchte nicht ohne seine Gesellschaft frühstücken. Jawohl, Ihre Gnaden! Liliane Lobelich und Butler Monoko-Fan verbrachten anschließend den gesamten Vormittag damit, Schlossscheffel und die nähere Umgebung nach Tom Moffel abzusuchen. Vergebens. Der fette Kater, dem Klo Kynias besondere und wahrscheinlich einzige Liebe galt, blieb wie vom Erdboden verschluckt. Was war ihm zugestoßen? Eine mittlere Katastrophe bahnte sich an. Die Gräfin war kurz davor, ihre feinsten Marderhaarpinsel nach ihren Bediensteten zu werfen. Und das wären noch nicht die letzten Geschosse gewesen. Nicht einmal ein Stück Zartbitterschokolade konnte sie beruhigen. Beim Nachmittagstee kam Monoko-Fan aus Bajurien dann ein schlimmer Verdacht. Frau Gräfin, wenn Sie gnädigst gestatten. Tom Moffel hat Möglichkeiten, auch wenn wir stets alle Fenster läden und Türen fest verschlossen halten, damit kein Licht Scheffel verlässt. Es wäre trotzdem nicht das erste Mal, dass er sich in der Nacht davon macht. Aber... Aber es ist das erste Mal, dass er nicht im Verlauf des nächsten Tages zurückkommt. Das stimmt. Also wurde er gestern irgendwie aufgehalten. Und wir haben gerade den Wanderzirkus von Zeck Zwickfrei im Dorf. Vielleicht kein Zufall? Du glaubst... Oh mein Gott! Was ist, Liliane? Ja, der Wanderzirkus. Habt ihr es nicht gehört? Sie zeigen in ihrer Menagerie dort immer seltsame Tiere. Und gestern hat der Ausrufer verkündet, dass man nun auch ein süßes Tigerbaby dort bestaunen kann. Äh, ein Tigerbaby? Wirklich? Aber noch nie gab es in dem kleinen Zoo von Direktor Zeck Zweckfrei Tiger. Oder täusche ich mich? Nein, in der Tat. Bisher hat Zeck Zweckfrei, staunenden, romantischen Damen, das Geld bestenfalls mithilfe junger Eichhörnchen aus der Tasche gezogen. Äh, wartet! Gestern wurde das verkündet? Tausend Teetassen! Könnte es sein, dass... Das... Ich meine, Tomoffel ist groß und kräftig mit gestreiftem Fell. Glaubt ihr, dass ihn die Leute vom Zirkus entführt und eingesperrt haben und ihn jetzt als Tiger ausstellen? Das könnte man herausfinden. Oh, dann findet es heraus. Unverzüglich. Geht nach Fassheim, schaut euch die Menagerie an und erstattet mir Bericht. Sehr gern... Äh, ich meine, sehr wohl, Irognaden. So kam es, dass Liliane und Monokophan einen Nachmittag auf dem Dorfanger in Fassheim verbrachten. Wahrlich viel Wunderbares gab es dort zwischen den Karren und Zelten mit ihren bunten Wimpeln. Liliane konnte sich kaum satt sehen, aber Monokophan drängte vorwärts. Sie mussten zu dem Käfig, in dem sich der angebliche kleine Tiger befand. Schwer zu finden war er nicht, denn hier scharrten sich die Leute mit besonders viel A und O. Von Tigern hatte man im Dorf nämlich bestenfalls gehört, aber gesehen hatte noch niemand einen. Da machten auch Liliane und Monokophan keine Ausnahme. Das wuschelige Fellbündel, das sich traurig in einer dunklen Ecke seines massiv verriegelten Gefängnisses zusammengerollt hatte, reagierte auf keinerlei Ansprache. Es besaß eindeutig ein raubkatzenartiges Aussehen, aber bei den beiden tapferen Bediensteten von Gräfin Clucynia wurden dennoch sofort Zweifel an der Echtheit dieses Tigers geweckt. Zu ähnlich war das Wesen im Käfig dem Kater Tomoffel. So machten sie sich also auf den Rückweg zum Schloss, wo sie schon ungeduldig erwartet wurden. Liliane, Monokophan, was habt ihr herausgefunden? Nun, gnädige Gräfin, da gibt es ein neues Tier. Sie sagen, es sei ein Tigerjunges, aber es könnte durchaus auch eine Katze sein. Sehr durchaus, wenn ich das so sagen darf. Tiger sind schließlich Katzen und Katzen sind getigert, was wiederum bedeutet... Jero Gnaden, um es kurz zu machen, wir denken, es ist Tomoffel. Oh, mein Himmel, und was nun? Wir müssen ihn befreien. Doch wir haben uns schon vergeblich den Kopf zerbrochen, wie wir es anstellen sollen. Oh, ich weiß schon, ich weiß. Ich habe mir kürzlich vom Bader Bodenlos eine wundervolle schwarzlederne Schönheitsmaske liefern lassen, die man um die Augen legt. Damit sehe ich im Dunkeln aus wie ein Waschbär oder ein Panda. Ich könnte mich bei Einbruch der Nacht mit dieser Verkleidung unerkannt in den Zuschleichen... Ein wundervoller Plan, Frau Gräfin, der einmal mehr Iro Gnaden, Mut und Kreativität auf das Schönste beweist. Aber würden Sie wirklich persönlich hinausgehen... Im Dunkeln, ohne Licht. Das versteht sich natürlich von selbst. Natürlich, natürlich. Nur befürchte ich, wenn Sie mir diese Bemerkung gestatten, dass es dabei den einen oder anderen unbedeutenden Haken gibt. Selbst Sie, verehrte Gräfin, könnten für ein Waschbären ein bisschen zu groß wirken. Für einen Panda hingegen mag es Ihnen deutlich an Masse fehlen. Man könnte sie fangen, entlarven und büttelkrumm-gräulich würde sie wegen Einbruchsversuchs in den Kerker werfen. Oh, aber für Tomoffel gehe ich das Risiko ein. Selbstverständlich, gnädige Gräfin. Ich habe keine Sekunde daran gezweifelt. Doch man könnte sie auch nicht entlarven, trotzdem fangen. Und dann müssten sie vielleicht ihr restliches Leben als Panda zwischen einem Fass mit einem Oktopus und einem Stall mit einer Töpfelhyäne verbringen. Hm, das wäre nicht gut. Ich mag Tinte, aber keine Tintenfische. Doch vielleicht könnt ihr euch verkleiden. Es ändert nichts. Und überhaupt, die Schlüsselfrage ist eine ganz andere. Ach, nämlich? Der Käfig ist mit einem schweren Schloss gesichert, ihre Gnaden. Ohne Schlüssel können wir Tomoffel nicht herausholen, egal wie gut wir verkleidet wären. Nach dieser schlüssigen Feststellung fanden sich unsere Schlossbewohner vor einem unerwarteten Hindernis. Keiner der drei wäre in der Lage, die starken Eisengitter des Käfigs zu biegen oder zu brechen. Man musste die Tür öffnen. Aber wie? Schon bald würde Zeck zweckfrei mit seiner Truppe weiterziehen und Tomoffel mitnehmen. Das dürfte man keinesfalls zulassen. Die Zeit drohte Gräfin Klukünja von Scheffel zu Scheffelberg und ihrem Gefolge davonzulaufen. Es hilft nichts. Wir brauchen den Schlüssel. Monokofan, hast du nicht eine alte Freundin, die bei Goldschmied Gerd Klitzer arbeitet? Wie hieß sie gleich? Stereophanie? Könnte man versuchen, sich mit ihrer Hilfe einen Ersatzschlüssel machen zu lassen? Oh, äh, Stereophanie. Sie ist keine Freundin mehr. Sie konnte sich nie zwischen rechts und links entscheiden und schwankte ständig dazwischen hin und her. Gerd Glitzer musste sie entlassen. Außerdem gäbe es in ganz Schloss Scheffel nicht so viel Gold, dass sich daraus ein Schlüssel der benötigten Größe schmieden ließe. Ja, dann müssen wir uns den Originalschlüssel besorgen. Oh weh. Und wie kommen wir an ihn heran? Hm, bestimmt bewahrt Zeck zweckfrei alle Schlüssel in seinem Direktorenzelt auf. Dorthin müsste man also gelangen. Aber wer soll das tun? Das ist doch ganz einfach. Ach, du, Liliane, du bist weiblich und voller Bewunderung für den Zirkus. Ich habe es bei unserem Besuch vorhin unschwer bemerkt. Wir schicken dich also wieder hinunter und du wirst Zeck zweckfrei schöne Augen machen. Sobald er deinem Charme erlegen ist, bemächtigst du dich des Schlüssels, holst Tomoffel aus dem Käfig, umbringst ihn zurück. Ein Kinderspiel. Also ich denke nicht, dass so etwas viel Zweck hat. Moment! Pssst! Was ist das? Hört ihr es auch? In der Tat. Das ist ein Cembalo. Das ist mein Cembalo. Wir haben kein anderes. Ich brauche es für meine Partituren. Jemand spielt es in meiner Kammer. So falsch, wie man ein Cembalo nur spielen kann. Außer uns ist doch niemand im Schloss. Oh, oh, Irognaden, Frau Gräfin. Verstehen Sie es nicht? Erkennen Sie es nicht? Das kann nur eines bedeuten. Was? Monoko fand's Doppelgänge? Sein Geist kehrt zurück? Aber nein, Frau Gräfin. Tomoffel ist zurück. Er liebt es, auf dem Cembalo von Mono herum zu spazieren, wenn dieser vergisst, seine Kammertür zu schließen. Haben Sie das noch nie bemerkt, Irognaden? Äh, also eigentlich weniger. Aber ich umso mehr. Er wird von diesem Instrument angezogen wie von einem Magneten. Warum auch immer. glücklicherweise hat er selten Gelegenheit. Aber dann, der Elende. Zerkratzt mir wieder die ganzen Elfenbeintasten. Den werd ich was lehren. Ich geh durch die Köche. Und so wurde im fernen Lande Absurdien die Schlüsselfrage in Schloss Scheffel auf dem Hohen Scheffelberg unerwartet harmonisch gelöst. Nun ja, harmonisch vielleicht nicht gerade. Aber unerwartet. Tomoffel war von einem besonders langen Ausflug zurückgekehrt, Liliane blieb ein weiterer Besuch in Fassheim erspart und Monokophan musste ein javonisches Gemüsemesser aus der Wandvertäfelung seiner Kammer entfernen, das er ausnahmsweise selbst dort hineingeworfen hatte. Aber nachdem alle wieder beruhigt waren, blieb eine wichtige Frage dennoch offen. Was für ein Tier befand sich denn nun in dem gut verschlossenen Käfig, den der Wanderzirkusdirektor neu auf dem Dorfanger aufgestellt hatte? Sicher wissen wir nur, dass es nicht der Kater Tomoffel war. War es eine andere Katze? Oder vielleicht doch ein Tiger, den unsere Schlossbewohner dann befreit hätten? Nicht auszudenken. Zu befürchten ist allerdings, dass es darauf nie eine Antwort geben wird, denn schon am nächsten Tag zog der Zirkus samt Menagerie weiter. Und diese Geschichte, das muss leider gesagt werden, ist ebenfalls zu Ende. Das war Geschichten aus Absürdien. Folge 0, nichts. Die Schlüsselfrage Eine Kurzcomedy von Stefan Fabry Es sprachen Idee, Skript, Musik und Schnitt Stefan Fabry Sounds von freesound.org und eigene Cover Anja Klukas Dieses Hörspiel entstand im Rahmen der 33. Shorty Challenge auf hörtalk.de Es steht unter Creative Commons 4.0 Lizenz und das ist es, um es da zu verraten, dass es die Läden dass es die Zirkus dass es die Läden geht, Vielen Dank.